Die amerikanischen Börsen haben geschlossen und heute ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Tag. Ob das zusammenhängt, naja, man munkelt vielleicht. Aber wenn wir uns mal die einzelnen Positionen anschauen, es ist schon wirklich enorm zu sehen, dass sich Broadcom mehr als verdoppelt hat, dass Siemens kurz davor steht und beide heute schon wieder ordentlich im Plus sind. Natürlich haben wir auch aktuell ein paar Verliereraktien, Excel, Mobile, App wie ABA und ein Realty Income. Da wird es wieder ein bisschen spannend. Realty Income plus 1%. Sollten die Zinsen irgendwann in nächster Zeit fallen, beziehungsweise sie sollten für Realty Income in den nächsten zwei Jahren fallen, dann könnte ich mir persönlich vorstellen, dass die Kurse etwas weiter steigen, aber natürlich wie immer keine Anlageberatung. Und schaut mal da ganz unten, die Porsche Automobil Holding fast 3% im Plus. Ja, auch Porsche kann immer noch steigen und das ist wirklich schön zu sehen. Wir haben also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aktien, die aktuell zumindest von der Quiz-Performance her negativen sind. Mit den Dividenden sind hier sogar die meisten im Plus. Aber auch das gehört dazu, aktuell die Gesamtperformance ist positiv. Und wenn du dir übrigens weitere Insights wünschst, dann pack das Ganze einfach mal in die Kommentare, abonnier unseren Kanal und dann gehen wir darauf auch sehr, sehr gerne ein. zu acronym centralieren. Mit dem Ölchonするвол 우리事 ist unsere continuar benefici an. Veränderung bei uns.